Ich sehe ganz viele Bagger, ganz viele Geräte, einfach in jeder Größe. Was macht denn Dusern da aus? Was habt ihr alles? Also wir haben Kettenbagger im Bereich von 14 Tonnen bis zum 53 Tonner. Wir haben Radlader auch im Bereich von ungefähr 12 Tonnen bis 33 Tonnen. Aber das ist auch nicht alles. Wir haben da noch im Konzern intern, wir bauen beispielsweise Atomkraftwerke, wir bauen Meerwasser- und Salzungsanlagen, wir bauen den größten Schiffsdiesel der Welt. Also es ist ein wirklich groß aufgestellter Konzern, der in jeder Sparte mitspielt.